Jetzt bei Schläfatz. Ho, ho, meine Leute, da geht Darth Vader. Ja, ganz genau. Halt nur in Scheiße. In der Stadt ist ein Mutant oder etwas Ähnliches und er kommt hierher. Er ist transmutiert von Menschen in einem Manolin. Und wir werden jubilieren und ihn gebührend anfeuern. Ab sofort befinden sich die Streitkräfte im Kriegszustand. Das ist furchtbar. Das wird ne harte Sache. Ich hoffe es. Der größte Lehrer versagen ist. Okay, wir sehen uns die Sache mal an. Gegrüßt seid, Zuschauerliebe, ganz herzlich. Euch nicht zu sehen zwar, aber zu wissen um Euch. Mein Herz aufs Wärmste erfreut. Und meins nicht nur, auch seins natürlich. Denn immer zu zweit wir sind. Keiner mehr, keiner weniger. Ein Meister und ein Schüler. Falsch! Ein Vollidiot und sein Pfleger. So sieht's mal aus. Und falls diese kolossal kläglichen Krechtslaute, mit denen du unsere Zuschauer bisher bumsblöd belästigt hast, deine beste Yoda-Stimmimitation darstellen, dann lass dir sagen, du klingst nicht etwa wie der kleine, grüne, weise, 900 Jahre alte Jedi-Großmeister, sondern wie Pumuckel bei der Prostata-Untersuchung. Oh, viel zu lernen. Du noch hast, dicker Kalkwalker. Dein Zorn ein Pfad zur dunklen Seite ist. Belastung von dieser Scheiße sein, verstanden? Mann, wie kannst du sie überhaupt wagen, hä? Du, 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 du willst doch mit deinem schäbigen Star-Wars-Speranz hier nicht etwa ernsthaft eine Reziprozität zu unserem heutigen Schlefatz herstellen, oder? Also... Naja, schon, und zwar ernsthaft, Olli, weil das tut unser heutiger Schlefatz schließlich selber, ne? Sozusagen mit aller Macht, nicht wahr? Ach, Unsinn. Nur, weil in den späten Post-Star-Wars-70ern die komplette italienische Filmindustrie durchgedreht ist und wie besessen einen hirnverkokelten Lucas-Billig-Rip-Off nach dem anderen aus dem bepissten Plagiats-Pizzaofen gezogen hat, hast du kein Recht, die Zuschauer mit deinem Yoda-Schmierentheater heimtückisch in die Tele-5-Irre zu führen. Und ob, und ob, eine kurzfristige Krieg-der-Sterne-Erwartungshaltung aufzubauen, das ist hier doch gute Sitte. Das hast du doch schließlich anno 2017 bei Star-Crash noch wesentlich heimtückischer versucht, Olli. Und das war quasi mein Vorbild. Was? Ja. Also, also, da hört sich, da hört sich doch wohl wirklich alles auf, liebe Zuschauer. Ich meine, das ist ja wohl, also, ehrlich, oder? Ich sage nur, Star Wars. Nee, 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 was? Was? Star Wars? Ja. Du meinst das Echte, das Fantastische, das unvergleichliche Star Wars? Krieg der Sterne? Was sonst? Das größte Helden-Epos unserer aller gemeinsamen Kindheit? Och Gott, das meinst du, das war doch eine völlig andere Situation damals. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Bitte. Star-Crash hat sich ja sogar das Star aus Wars ausgeliehen und überhaupt in seiner gesamten Aufmachung perfidesten Etikettenschwindel betrieben. Aber das kann man unserem heutigen Science-Fiction-Juwel nun nicht im Mindesten vorwerfen, liebe Zuschauer. Denn das trägt den ebenso stolzen wie autarken Titel Kampf um die fünfte Galaxis! Beziehungsweise im Italienischen Okay, okay, naja, keine Stars, keine Wars, keine Imperien oder sonstige Original-Trilogie-Referenzen im Titel. Dann wollte man 1979 mit Kampf um die fünfte humanoide Galaxis ja ganz offenbar wirklich keine unbedarften Star-Wars-Fans für teuer Geld in die Kinos locken, um ihnen dort irgendeine stinkende Schnäppchen-Stern-Scheiße als reinstes George-Lucas-Gold zu verkaufen. Exakt, Peter. Ganz genau das genau nicht. Luma Neude ist eben keine hohle Blockbuster-Huckepack-Havarie mit peinlichen Anleihen an den erhabenen Lukas-Kosmos, sondern ein visionär-philosophischer Zukunftszauberstreifen, der souverän auf eigenen Beinen steht. Und obwohl du es eigentlich nach entsprechender Vorbereitung längst wissen müsstest, verrate ich dir nun, wer die epische Filmmusik zu diesem Knaller geschrieben hat. Nämlich kein... Geringerer als Ennio Morricone himself, ich weiß. Aber verzeih mir, Olli, immer wenn du den Score-Komponisten als erste Sensation aus der Schlefahrtstüte holst, ist allerhöchste Skepsis geboten. Ob ein John Barry beim schon schmerzhaft erwähnten Star-Crash oder ob der Star-Wars-Erbschleicher J.J. Abrams bei Night Beast, Terror aus dem Weltall. Trotz großer Namen im musikalisch einrahmenden Sektor haben wir uns diese Filme inhaltlich nicht zwingend verwöhnt. Ganz im Gegenteil. Gut, 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 gut. Der fünfmalige Oscar-Gewinner John Barry hat bei circa 130 meisterhaften Filmscores einmal daneben geliehen. Und J.J. Abrams, übrigens nicht als Komponist weltbekannt geworden, hat mit 16 mal was Ungelenkes in den Synthi geschmiert. Ja, so what, Peter? Wenn selbst ein Ennio Morricone dir heute keinen Vorvorführungsrespekt einflößt, dann sei's drum. Dann versuche ich es halt mal mit der sensationellen Besetzungsliste, die passenderweise gleich drei Darsteller aus der von eben jenem John Barry musikalisch veredelten, nicht ganz unpopulären Bond-Filmreihe aufbietet. Als da wären Richard, der Beißer Kiel, die zauberhafte O aus der gleichnamigen Geschichte der Corinne Clery und die nicht weniger zauberhafte Barbara, Agent Triple X Bach, nebenbei Ex-Topmodel und seit 39 Jahren glückliche Gattin von Beatles-Drama Ringo Star Wars. Also, was soll denn das jetzt? Was soll denn der Hinweis? Wirst du jetzt zum Boulevard-Lutscher, oder wie? Nein, nein, ich dachte nur, sowas kann man ja wohl mal sagen. Nee, nee, kann man nicht, kann man nicht, Kalke Ludowig. Barbara Bachs größter Erfolg ist die Ehe mit Ringo. Wo hast du denn bitte solidar-feministisch geparkt, Alter? Bist du wahnsinnig? Aber egal, ich habe sowieso den Eindruck, du betreibst hier zusammenhangloses Legenden-Dropping, um den Streifen wieder mal schön an der Wirklichkeit vorbei zur unbedingten Sehenswertigkeit zu quatschen. Aber mir charmanten Yodaismus verbieten. Also schön, Meister Morricone an der Fiedel, Frau Bach, Herr Kiel und die unterwürfige Frau Clery als Linsenfutter. Was möchtest du uns noch über den, die Regisseurin von Lumanoide frohlockend unterjubeln? Du, ich kann auch sehr gerne einfach gar nichts mehr sagen, Peter. Wie wäre das denn? Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Das ist ausgeschlossen, Olli. Kannst du eben nicht. Das weißt du besser als ich. Du musst klug scheißern, um nicht zerebral zu implodieren. Mach dir doch bitte nichts vor, Olli. Du kannst es nicht. Es tut so weh. Ich kann einfach, ja, gut, also, Regie führte nicht etwa irgendwer, sondern er, Aldo Lado höchst selbst, liebe Zuschauer. Der anerkannte Maestro des sogenannten Giallo, dem unterkühlt brutalen italienischen Subgenre des Psychothrillers, bewies bei seinem Ausflug ins gehobene Science-Fiction-Fach, dass er mühelos auf jedem Parkett kann und verlieh dem Kampf um die fünfte Galaxis eine inszenatorische Tiefe, die bis heute in diesem Segment unerreicht blieb. Allerdings tat er das unter dem Pseudonym George Lewis, was wohl als kleine, augenzwinkernde Hommage an George Lucas verstanden werden darf. Ach was, aber ansonsten nicht die kleinste Spur für eine eventuell plumpelte Plagiator-Produktion in der gigantischen Star-Wars-Heckwelle, hä? Nein, 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 nein. Wie schon gesagt, außer dem generellen Space-Opera-Sujet hat der Kampf um die fünfte Galaxis rein gar nichts mit der Lucas-Saga gemein, sondern setzt auf eine komplex intelligente, völlig eigenständige Storyline. Hm, erstaunlich, erstaunlich. Apropos, worum geht's in der Geschichte eigentlich? Ich mach das nicht gerne, aber gut, ganz grob. Ein böser Space-Lord will die Erde erobern, die von seinem gütigen Bruder friedlich regiert wird. Um das zu ändern, lässt der böse Lord von einem diabolischen Wissenschaftler eine Maschine bauen, die Menschen zu willenlosen Super-Zombies macht, eben zu unbesiegbaren, höllischen Humanoiden. So, ich denke, das reicht jetzt mal, ne? Ja, ja, klingt überaus komplex und intelligent, Olli, danke. Da lieg ich ja mit meiner Cocktail-Kreation, nach der du mich gleich interessiert fragen wirst, voll im Trend. Schließlich hab ich die auch, dank üppiger rationaler wie emotionaler Intelligenz einfach so aus der hohlen Hand geschüttelt, ohne übermäßig viel überflüssiges Detailwissen über den Film zu haben. Ja. Ja, Mann! Was? Ja, mach mal! Ja, immer dasselbe, weißt du, das geht mir vielleicht so auf den Sack, du. Was denn? Mann, sag's doch bitte einfach, ohne dass ich danach fragen muss. Dann musst du mir nicht jedes Mal sagen, dass ich scheiße normal danach fragen soll. Meine Güte. Mann, das sind aber Kleinigkeiten heute. Gute Güte. Meinetwegen, dann sag ich's halt ohne, dass du fragst. Das ist ein galaktisch praktisch guter Hirnanhangdrüsenfluter. Mh. Der schmeckt so kräftig karamellig wie Chewbacca am Damm und verwandelt im Notfall unser Bewusstsein mittels massiver Promillewucht in ein kompaktes, schwarzes Loch, dessen Gravitation so stark ist, dass es selbst den gerade entstehenden Gedanken, irgendwas zu denken, ad hoc annihiliert und uns so kurzfristig in einen gnädigen, mentalen Offline-Modus versetzt. Beeindruckend, Peter. Was den ein oder anderen sich ja noch interessiert, wie definieren sich die Effektkriterien Notfall und kurzfristig? Dazu liegen mir bisher leider noch keine ausreichenden Daten vor, Olli. Wie dem auch sei, experimentell eingesetzt wird er immer dann, wenn trotz aller vertrauenswürdigen Versicherungen des glatten Gegenteils deinerseits irgendetwas im Film offenkundig, unzweifelhaft von Star Wars kopiert wurde. Na gut, dann wird's leider ein Sternenstaub trockener Abend werden, liebe Zuschauer. Denn unzählige Science-Fantasy-Fans in aller Welt fragen sich, warum der absolut einzigartige, in Italien produzierte Kampf um die fünfte Galaxis nicht ebenso einen wichtigen Platz in der Popkultur einnahm wie der Medien-Franchise-Kino-Koloss aus den USA. Neben ihm oder sogar Stadt seiner. Dann gäb's heute humanoiden Handyhüllen, Brotzeitdosen, Schlafanzüge und Actionfiguren. Und zur Eröffnung großer Sport-Events erklänge nicht John Williams ausgelutschtes Star Wars-Thema, sondern Ennio Morricones hoffnungsstrotzende humanoidenhymne. Ob das alles so nicht besser wäre, wollen wir jetzt mal gemeinsam überprüfen. Ben Allora, zisch in der Raumschiffentüre auf für den einmaligen Kampf um die fünfte Galaxis. Der größte Lehrer Versagen ist. Metropolis. Vor unendlich langer Zeit als Planet Erde bekannt, steht vor seiner schwersten Stunde. Lord Géral ist es gelungen, von seinem Gefängnissatelliten zu entfliehen, wohin ihn sein Bruder, der Herrscher der friedlichen galaktischen Demokratie, verbannt hatte. Der machthungrige, skrupellose Lord Géral schmiedet Rachepläne, deren Gelingen der Menschheit eine düstere und ungewisse Zukunft bringen würde. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eins von den Schiffen, die den Gefängnissatelliten bewachen. Was wollen die in diesem Sektor? Okay, wir sehen uns die Sache mal an. Ich würde vorschlagen, wir versuchen erstmal auf Ihre Frequenz zu gehen und Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Diese Piloten waren ängstliche Hasen und keine Männer. Mein verehrter Bruder hat aus der großen Armee einen Haufen jämmerlicher Schwächlinge gemacht. Astrojäger bereit zum Start. Wie weit sind wir von Metropolis entfernt? Nahe dem Schwerkraftbereich. 36 Sekunden Vektor. Sie werden keinen Fehler machen. Meine Instruktionen sind eindeutig. Ich will, dass es keine Überlebenden gibt. Verstanden? Das gilt besonders für Barbara Gibson. Keine Überlebenden, Roger. Das gilt für große ZDF. Sehen Sie nach den Embryos. Barbara Gibson. Ein Telekom für Sie. Hey, TomTom, ist irgendwas? Komm nach Haus, Barbara. Noch heute. Du musst das Institut sofort verlassen. Aber wieso? Was ist passiert? Pon baja, pani hu. Bitte übernehmen Sie für mich. Ja. Noch eine Stunde, dann werden wir abgelöst. Wo wohnen Sie denn um diese Zeit hin, Barbara? Sieht aus, als hätte sie die Alpha-Pilgen genommen. TBA 3421 erbittet Erlaubnis zum Verlassen des Geländes. Sie können passieren, Miss Gibson. Sie können passieren, Miss Gibson. Merkwürdig. Einer von den Außenposten kommt drauf. Die Woche ist doch noch nicht vorbei. Da stimmt irgendwas nicht. Ach, was? Hier passiert auch nie was. Er wird sich langweilen. von der Karte macht ihr in. Die Welt macht ihr in. Er wird sich nicht mehr in. Ich kriege es befindet. Das ist nicht mehr als mit der Leine des Geländesächtens. Das ist nicht mehr als mit der Leine des Geländesächtens. Hier, da rein. Rahl meinte, es könnte mit einem K markiert sein. K für Kapatron. Hier ist es nicht. Von denen ist keins markiert. Er hat doch noch etwas gesagt. Ja, er sagte, es hätte eine ungewöhnliche Form. Achteckig. Das ist es. Los, hol es. Wir müssen weg. Und sei vorsichtig. Möchte wissen, was Crespin damit vorhat. Hier geht schon voraus. Ich seh mich hier nochmal um. Rahl wollte unbedingt, dass wir diese Barbara Gibson töten. Das ist sie nicht. Wenn wir sie nicht erwischt haben, können wir uns auf was gefasst machen. Ja, du bist. Das ist ein Dwarf. Ich versuche ihn. Wenn Sie nicht. Er ist ein Dwarf, was wir stehen. Das ist es. Wohne sie wissen. Das ist ja gleich. Und der Dwarf. Auftrag. Ich versuche ihn. Acht. Ich versuche ihn. Wir haben das Kapatronen, Lord Graal. Und meine sonstigen Anordnungen? Es lief alles reibungslos. Das Laboratorium ist ein Friedhof. Nur dieses Mädchen, diese Barbara Gibson, haben wir nicht gefunden. Sie wussten, von welcher Wichtigkeit gerade dieser Punkt war, Craven. Ich entziehe ihn hiermit für 100 Tage sämtliche Privilegien, Craven. Ich habe verstanden. Kurs auf Noxon. Wir haben das Kapatronen und das war der Hauptgrund unserer Aktion. Wer ist Licht? Demut ist der oberste Grundsatz. Ein Versprechen ist heilig. Das Wort eines Lebens ist göthig auf ewig. Der Dienst an der Allgemeinheit ist die Pflicht der gesamten Menschheit. Hat sich die schreckliche Nachricht bewahrheitet, Nick? Alle Wachen sind getötet worden. Auch die beiden Piloten von der Patrouille. Es gibt nicht mal einen Überlebenden? Doch, eine Frau. Sie hätte als einzige überlebt. Es war ein Zufall. Ihr Name ist Barbara Gibson. Sie war gerade nicht im Institut, als es angegriffen wurde. Sind die Nuklearsicherungen beschädigt worden? Sind intakt. Wir können das nicht so einfach hinnehmen. Wir sind verpflichtet, zurückzuschlagen. So wird es geschehen. Im Namen der Gerechtigkeit ordne ich an, dass die Sicherheitsstreitkräfte den Angriff beantworten. Mit aller zu Gebote stehenden Härte. Ab sofort befinden sich die Streitkräfte im Kriegszustand. Komm, Tomtom. Du bist dran. Hör doch auf, in diesem komischen Buch zu lesen. Wenn du gewinnen willst, musst du lernen, dich zu konzentrieren. Darf ich den Computer benutzen? Aber ja, natürlich. Du weißt, ich gebe dir immer eine Chance. Ah ja, noch sechsmal und du hast deinen Planeten verloren. Es tut mir leid. Du hast verloren, Barbara. Das ist völlig unmöglich. Das hat irgendwas mit Zauberei zu tun. Ich kann dich nicht mehr mit Hilfe des Computers schlagen. Und der errechnet Gleichungen mit tausenden von Unbekannten. Wo um alles in der Welt hast du nur so gut spielen gelernt. An einem Ort, der viele Äonen von hier entfernt ist. Nun ja, ich begreife es nicht. Es ist einfach zu hoch für mich. Alles an dir ist mir ein Rätsel. Du bist ein wahres Mysterium, Tomtom. Wirklich? Ich habe schon viele Schüler gehabt, aber noch niemals einen wie dich. Und was weiß ich eigentlich über dich? Selbst dein Name ist geheimnisvoll. Lokan Dharma. Lokan Niwa Dharma. Da siehst du es. Was für ein Name. Ich kann ihn nicht mal richtig behalten. Oh, er bedeutet Ozean der Weisheit. Aber Tomtom mag ich auch. Sag mir doch, warum ich unbedingt das Laboratorium verlassen sollte. Lassen Sie uns bitte allein. Ich warte in der Halle. Es war wirklich sehr klug, dass Sie das Verschwinden des Kapatrons aus Groen nicht erwähnt haben. Wenn dies in den fünf Provinzen bekannt würde, hätte das eine Panik zur Folge. Sir, nicht einmal ich weiß alles über das Kapatron. Ist es wirklich so gefährlich? Ja, unvorstellbar gefährlich. Es war die Entdeckung des genialsten Wissenschaftlers, den Metropolis in diesem Jahrhundert hervorgebracht hat. Dr. Crespin. Das Kapatron ist in der Lage, die Zellstruktur jedes Wesens zu verändern. Es zu transmutieren in ein furchtbares, monströses Gebilde. Ein Mensch zum Beispiel würde unvorstellbare Kräfte entwickeln. Und entwickelt hat er das Kapatron im Groven-Institut. Er konnte dort praktisch machen, was er wollte. So lange, bis Barbara Gibson rein zufällig auf die schrecklichen Folgen seiner Arbeit stieß. Sie hat mich sofort unterrichtet. Es war für uns alle eine schwere Entscheidung. Wir entzogen ihm alle Mittel, das Projekt wurde gestoppt und das Kapatron sichergestellt. Crespin wurde auf einen Satelliten verbannt, aber vor zwei Jahren befreit. Hören Sie, wir müssen herausfinden, wo Crespin festgehalten wird. Zuerst sollten Sie mit Miss Gibson Kontakt aufnehmen. Sie haben jede Unterstützung. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Metropolis Sicherungseinheit. Bestätigen Sie Delta 240. Erbitte Bestätigung. Das sieht ziemlich böse aus, was, Kip? Wir sind vom Kurs abgekommen und das äußere Navigationscomputersystem ist ausgefallen. Die können keinen Ton mehr von mir empfangen. Großalarm, Großalarm. Verflucht, wenn mir doch nur einer sagen würde, was auf Metropolis vorgeht. Metropolis Sicherungseinheit, bitte melden. X26, können Sie mich hören? Metropolis Sicherungseinheit, melden Sie sich. Verdammt! X26, was ist jetzt? Die scheinen irgendwie in Schwierigkeiten zu stecken. Aber meine sind auch nicht ohne. Seit über zwei Monaten soll das Ding repariert werden. Hast du einen Kurzschluss in deinem System, oder was? Ich habe jetzt keinen Sinn für Spielereien. Ich frage mich, welcher Irre dich programmiert hat. Wenn du spielen willst, geh raus und mach da deine Albernheiten. Ja, ja, ist ja gut, Kleiner. Irgendwie kommen wir aus der Sache raus. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir 2000 Jahre im Gefrierfach liegen müssen. Ist immer noch besser, als an einem Schreibtisch zu hocken. Wart mal. Das Ding da sieht aus wie eins von unseren alten Kommandoschiffen. Ich klem mich mal an seine Fersen. Lord Kral, die X-37 sendet Notsignale. Keine Antwort. Die müssen mich doch gehört haben. Haben die sich mit komischen Pillen vollgestopft, oder was ist da los? Und deshalb bin ich der Meinung, dass Crasp in seiner Hand im Spiel hat. Was meinen Sie dazu? Das ist furchtbar. All meine Freunde im Groven-Institut. Sie sollten glücklich sein, dass Sie das Institut rechtzeitig verlassen haben. Sind Sie gewarnt worden? Tom, Tom. Ist das Tom, Tom? Ja, er ist mein Schüler. Woher kommt der? Und was sind das für Gestalten? Ich weiß es nicht. Sie tragen so merkwürdige Kleidung. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Ich habe sie noch niemals gesehen. Er wird es ja wohl wissen. Wer waren diese beiden? Sie sind nicht von hier. Ja, das konnte ich auch sehen. Was wollten Sie? Nichts. Aber Sie haben mit dir gesprochen, Tom, Tom. Ja, das haben Sie. Aber glaubt mir, Sie wollten wirklich nichts. Tom, Tom. Ich frage dich noch mal. Warum sollte ich das Institut verlassen? Es war eine Ahnung, Barbara. Früher nannte man das das zweite Gesicht. Darüber sind wir eigentlich hinaus. Auf jeden Fall hat sie verdammtes Glück gehabt. Also, fangen wir die Sache von vorne an. Zuerst mal sagen Sie mir alles, was Sie über das Kapatron und Dr. Craspin wissen. Wir haben jetzt 19 Sekunden Vektor. Die Retro-Raketen aktivieren. Die Retro-Raketen aktivieren. Die Retro-Raketen aktivieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Sind Sie zufrieden, meine Verehrte? Das bin ich niemals, Craspin, und das wissen Sie. Wie kann ich zufrieden sein, wenn ich weiß, dass die Wirkung nur einen Tag anhält? Habe ich Ihnen die Formel nicht versprochen, wenn wir Noxon erst einmal verlassen haben? Ich muss Sie um Geduld bitten. Inzwischen wird Lord Gralsbitt auch weiterhin durch Ihre unvergleichliche Schönheit geschmückt werden, so wie es seit vielen Jahren der Fall ist. Aber eins dürfen Sie niemals vergessen. Die Wissenschaft mag in der Lage sein, das Altern aufzuhalten. Aber niemals wird es ihr gelingen, über den Tod zu siegen. Man kann warten. Es fühlt sich einfach so unwiderstehlich frisch an. Und mit Lenore Weichspüler und Wäscheparf an der Wäsche genieße ich jede Nacht das Gefühl eines frisch gewaschenen Bettes. Eine ganze Woche lang. Ich fühle mich wohl in Lenore. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Tja, mein galaktisch praktisch guter Hirnanhangdrüsenfluter kam bisher immerhin schon 13 Mal zum Einsatz. Und man kann wirklich nicht von einem sternenstraubtrockenen Abend sprechen. Und akute szenische Notfälle wurden ja, Gottlob, auch noch nicht ausgelöst. Dafür ist dieses armselige Science-Faction-Falsifikat einfach zu unterdurchschnittlich bescheuert. Was, Olli? Sorry, Lady Agatha. Also, ich weiß wirklich nicht mal ansatzweise, was du da wieder faselst, Peter. Ja, abgesehen von der, von der wirklich bodenlosen Unverfrochenheit mir hier dieses extrem erotisch konnotierte opulente Outfit der Lady Agatha zuzumuten. Olli, 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 ich bitte dich, du siehst großartig aus. Nein, ehrlich, in dem Aufzug ziehst du alle in den Bann. Und das war keine Schikane, das war der Schachzug eines Mannes, der die schillernde Schönheit der Frau an sich und dir im Besonderen feiert. Und der nur abgesehen von dieser Schmach, ja, die dreiste Star-Wars-Kopieregel für dein ganz persönliche Saufgelage, die sieht doch außer dir kein Mensch als erfüllt an. Was? Nicht ein Cocktail war bisher gerechtfertigt. Diese Regel ist ein Witz. Sag mal, hast du Rancor-Scheiß auf den Augen? Ja gut, meine, meine Wenigkeit, Lord Gral ist designmäßig etwas unpräzise und erinnert mit seiner Kopfkübelkreuzung aus nem Pissbot für stark adipöse Sadomaso-Liebhaber und nem Feuerwehrhelm für circa zwei bis drei Personen eher an Lord Helmchens schwarze Babybadewanne aus Spaceballs als an Darth Vaders legendäre Integralkäuchhaube aus Star Wars. Aber... Und deshalb erinnerte im ersten Teil bisher keine Sau außer dir auch nicht ein einziges Outfit mit oder ohne Helm an irgendwen oder irgendwas aus Star Wars. Bitte? Und Gral's bewämpste Lack- und Laserbande, die das Institut überfällt, um Barbara Gibson zu töten und das Grappathon zu klauen? Das Grappathon? Scheißegal, wie die olle Siffkanne heißt, waren diese vier polierten Pissflitschen in Look und Style nicht zumindest, selbst für deine hochgradig limitierte Restkognition, ein Müh am guten alten Anakin angelehnt? Nein, Peter. Bis auf dieselbe Synchronstimme hat Lord Gral keinerlei Parallelen zum Siff-Lord. Nur weil seine Tropen zufällig ganz in schwarz gekleidet sind, rufst du ja auch nicht bei jedem Schornsteinfeger, den du siehst, ganz aufgeregt. Och, guckt mal, Leute, da geht Darth Vader, oder? Na mal, du, 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 du stehst ja mit deinem Realitätsverlust kurz vor der geistigen Insolvenz, Olli. Ja, okay, 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 lassen wir die Kostümfrage mal beiseite. Und lassen wir auch den leicht angeschrägt vom unteren zum oberen Bildrand laufenden weltberühmten Scrolltitel mal großzügig beiseite. Den hat ja nun mal George Lucas nicht erfunden, hm? Nein, der lief schon 1940 bei einem ollen Flash Gordon in schwarz-weiß und 1956 in Forbidden Planet sogar in Gelb auf Sternen fällt Hintergrund über den Screen, ja? Also hat Aldo Lado allenfalls bei Flash Gordon geklaut. Genauso wie dieser, ähm, George Lucas, ja? Äh, wo war ich? Ach ja, und lassen wir auch den erst durch Star Wars weltberühmt gewordenen Scrolltitel mal großzügig beiseite und wenden uns dafür dieser Einstellung mit Raumvehikel zu. Frage, ist das hier oder ist es nicht der kümmerliche Zitatversuch eines imperialen Sternenzerstörers in der legendären wirkungswuchtigen Krieg-der-Sterne-Eröffnungsszene von 1977, die so zuvor noch niemals im Kino zu bestaunen war, auch nicht in einem furchzigen Flash Gordon von Anno Tobak, Olli? Nee, nee, ist es nicht. Das ist der ebenso stadthafte wie auch bildkompositorisch sehr gelungene Etablierungsschuss von Lord Graals Kommandokreuzer, der zufällig auch eine dreieckige Form hat. Hat George Lucas etwa auch ein Copyright auf Dreiecksformen? Das ist so. Als nächstes erzählst du uns doch, auch die Sets in Lumanoide sind von Star Wars geklaut und das hier sähe verdächtig nach dem Strategiezentrum der Rebellen aus, was? Ja, ja, ganz genau. Eins zu eins. Halt nur in Scheiße. So, Feierabend. Was? Jetzt widmen wir uns aber auf der Stelle mal der tollen Geschichte, den großartigen Figuren und den dramaturgischen Highlights von Kampf um die Fünfte, anstatt uns über an den Ewok-Sackhaaren herbeigezogene Design- und Kostümanalogien wund zu quatschen. Verstanden? Na gut, bitte. Dann mach mal. Etwas in der Art ist mir nämlich völlig entgangen. Sicher, 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 sicher. Aber Ihnen dafür natürlich nicht, liebe Zuschauer. Fangen wir an mit einer tiefen Verbeugung vor dem kleinen, aber von großer Weisheit erfüllten Knaben TomTom. Wohl selten... Oh, geht der einem vielleicht auf die Klötze? Dieser nervig neunmal klug Scheiß an der Pausbacken-Ersatz hier oder im Judo-Kittel. Boah! Wohl selten war die Rolle des sanftmütigen Auguren und Verkünders in einem Film mit Raumschiffen Charmanter besetzt. Und wie TomTom die ahnungslosere Barbara Gibson durch kluge Hypnose vor dem sicheren Tod im Institut bewahrt, das war nicht nur kunstvoll gemacht, das ging einem auch direkt tief zu Herzen. Dieses flehende Pon Bajar, Pani Hu. Komm doch raus, Barbara. Noch heute. Du musst das Institut sofort verlassen. Aber wieso? Was ist passiert? Pon Bajar, Pani Hu. Okay, du hast einen akuten Scheißfilm Schönfindschub. Dagegen kann man nicht antherapieren. Aber erklär uns doch mal bitte, warum dein netter kleiner philanthropischer Esoterikengel zwar seine Fanfreundin Barbara Gibson vor Grals grenzdebilen Knallkopfkillern rettet, den Rest des Institutpersonals aber nicht informiert und einfach gnadenlos niedermetzeln lässt. Wäre da eine Massenhypnose nicht besser gewesen? Ja, wenn du aufgepasst hättest, dann wüsstest du, dass der Ozean der Weisheit nur einer vagen Intuition bezüglich Barbara Gibsons zukünftigem Wohlergehen folgte, nicht aber dem des Restpersonals. Tom, Tom, ich frag dich nochmal. Warum sollte ich das Institut verlassen? Es war eine Ahnung, Barbara. Früher nannte man das das zweite Gesicht. Na, logisch. Er konnte in seiner Vision ja viel vorausahnen, aber nicht, dass die Irren da alles und jeden wegpratzen würden, schon klar. Schließlich ging's dem notorisch-narzisstischen Blach ja auch nur darum, seine ihm erlegene Gruppi-Nanny zur ausgiebigen Bestaunung seiner famosen Fähigkeiten beim bepissten Pong-Spielen am Space-Atari zur Verfügung zu haben. Darf ich den Computer benutzen? Aber ja, natürlich. Du weißt, ich gebe dir immer eine Chance. Tja, liebe Zuschauer, wenn Peter jetzt jedem Wesen, das ihm intellektuell wie auch ethisch hoch überlegen ist, Arroganz und Selbstverliebtheit vorwerfen will, sind wir morgen früh noch dran. Wenden wir uns deshalb zügig einem weiteren genuinen Extraschmankerl des Films zu, nämlich... Oh, aber bitte nicht! Der rotzhässlichen, räudigen R2-D2-Substitut-Robotöle mit dem steifen Antennenschwänzchen und der Polaroid-Printerfresse! Ivo! Ich meine, so eine Kreatur wirkt ja zum Glück gar nicht mit. Dafür aber Kipp, der pfiffige, multitalentierte Roboter-Rüde, der uns mit seinen köstlichen Kapriolen schon so häufig ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Hast du einen Kurzschluss in deinem System, oder was? Ich habe jetzt keinen Sinn für Spielereien. Ich frage mich, welcher Irre dich programmiert hat. Wenn du spielen willst, geh raus und mach da deine Albernheiten. Ja, ja, ist ja gut, Kleiner. Ich zaubere dir gleich mal was anderes ins Gesicht, Olli. Der weiße Winselkasten macht einen auf Kopfhörermagnet und wedelt mit dem steifen Antennenschwänzchen. Und wenn dieser gammelige Golob ihn da an den Ohren krault. Und das ist nicht multitalentiert, das ist multilimitiert! Sagt der Mann mit den einzigen Spezialfähigkeiten Saufen, Rauchen und Motzen. Nun ja, liebe Zuschauer, wir wissen, dass der kluge Kipp an Golobs Seite noch eine ganz entscheidende Rolle im spannenden Kampf gegen die furchtbaren Mächte der Finsternis spielen wird. Apropos, die Verjüngungsmaschine, die der teuflische Dr. Crespin für die teuflische Lady Agatha entworfen hat, gehört zum grausamsten, was wir je in einem Schläfert sehen mussten. Nein, 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 nein. Gegen diese perverse Impf-Porno-Szene sind sämtliche Saw-Streifen eher sanfte Soft-Folter-Exzesse zum Entspannen. Und auch stimmig übertreiben kann er so gar nicht, unser Peter. Aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, liebe Zuschauer. Schließlich haben wir hier schon ein bis zwei Mal erlebt, dass er den Weg in den Film noch findet und am Ende Abbitte leistet. Deshalb wollen wir jetzt noch fix zurückkehren nach Metropolis, wo nicht nur eine Barbara Gibson in akuter Lebensgefahr schwebt, sondern ein ganzer Planet, auf dem sich die Anzeichen verdichten, dass die Terrorherrschaft einer Armee unbezwingbarer Humanoiden kurz bevorsteht. Ja, ja, Terror ist jedenfalls garantiert. Aber sag mal, heißt es eigentlich in oder auf Metropolis, vor unendlich langweiliger Zeit als Planet Erde bekannt? Ist das nun eine scheiß Stadt oder ein scheiß Stern oder beides zusammen, Olli? Um Watt und Schurimung. Oh. Er ist also wirklich gekommen. Ein mir unbezwingbarer Freund. So wie er es versprochen hat. Lord Kral pflegt seine Versprechen immer zu halten. Ganz besonders, wenn sie in seinem eigenen Interesse liegen. Sie sollten das niemals vergessen, Crasby. Und sie sollten auch niemals vergessen, dass sie immer noch auf dem Satelliten wären, wenn ich ihnen nicht geholfen hätte. Ich könnte sie jederzeit wieder hinschicken. Es wäre also besser, sie würden sich meiner Gnade würdig erweisen. Habe ich meine Loyalität nicht hinreichend bewiesen? Solange Sie mit Ihren Arbeiten nicht so weit fortgeschritten sind, wie ich es wünsche, ist Ihre Loyalität nichts wert. Ich will das Präparat haben, bevor wir Noxon verlassen. Es wäre ungerecht, wenn Sie mir misstrauen würden. Erhalten Sie nicht Ihre tägliche Dosis? Seit wir hier sind, sind Sie nicht um eine Minute älter geworden. So ist es doch. Ich traue niemandem. Das sollten Sie wissen. Willkommen in Noxon, mein allmächtiger Lord. Du bist noch wundervoller, als ich in meinen Träumen erhofft hatte. Die Zeit scheint für dich stehen geblieben zu sein. Mein Kompliment, Dr. Craspin. Sie haben etwas Außerordentliches geleistet. Für Sie, mein Lord, und die Eroberung von Metropolis. Eine Aufgabe, die sehr schwer sein wird. Abgesehen von Streitkräften und Waffenpotenzial besitzt Metropolis ungeheure Nuklearreserven. Mein Plan sollte uns in eine gute Position bringen. Ich werde uns eine Armee von Humanoiden schaffen. Und zerstörbare menschliche Roboter. Alles, was ich dazu benötige, ist das geheime Element, das Sie hoffentlich für mich erobert haben. Ja, das habe ich. Unser Angriff auf das Institut war ein außerordentlicher Erfolg. Und wo ist sie? Ist die getötet worden? Bedauerlicherweise war Barbara Gibson nicht im Institut, als meine Männer angriffen. Aber sagen Sie mir, warum, Craspin, hassen Sie das Mädchen so sehr? Sie hat all die Jahre harter Arbeit zerstört. Ich bin verbannt worden durch Ihre Schuld. Und nur Ihr Tod kann den Hass in mir auslöschen. Ich bin sicher, wir werden noch eine Gelegenheit dazu finden. Ich glaube, der Fehler liegt hinten im System. Ich muss sehen, ob ich die Positrone frei bekomme. Gib mir Herrn Sommer auf Kanal 2, wenn das Funktionslicht leuchtet. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Das ist genau der, den ich brauche. Ich kapiere einfach nicht, was da nicht in Ordnung ist. Ich kann das Schiff nicht mehr kontrollieren. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Es ist, als würden wir von einem ungeheuren Magnetswert angezogen. Dich vergessen? Was für ein Gedanke. Vier Jahre Exil, vier Jahre an den brennenden Wunsch, dich wiederzusehen in mir, nur verstärkt. Mein Herz ist beglückt zu erfahren, dass ich die ganze Zeit in deinen Gedanken gewesen bin. Wie leer ist mein Leben ohne dich gewesen. Jetzt können wir gemeinsam die Macht zurückerobern, die man dir gestohlen hat. Was für eine Ehre ist es für mich, von dem Mann geliebt zu werden, der der Herrscher von Metropolis und der ganzen Galaxis sein wird. Das also ist es, was du begehrst. Die Macht. Ja. Aber um sie mit dir zu teilen, mein Lord. Mein Lord, verzeihen Sie die Störung. Sie müssen es sehen. Ich bin im Begriff, den ersten Humanoiden zu schaffen. Ich irre mich vielleicht, aber ich glaube, wir sind auf einem der Monde im Chloe-System gelandet. Die Atmosphäre ist die gleiche wie auf unserem Planeten. Wenn es einer dieser Monde ist, dann müsste es hier eine Metropolis-Siedlung geben. Als dieses Schiff ins Gravitationsfeld von Noxon eintrat, hat mir der Computer mitgeteilt, dass er ein Riese von Mann ist mit optimaler Konstitution. Ich habe daraufhin mit einem Magnetfeld seine Generatoren gestört. Somit war er steuerungsunfähig. Und Sie sind sicher, dass er für das Experiment der richtige Mann ist? Der richtige Mann? Er ist perfekt. Wie werden Sie ihn in einen Humanoiden transmutieren? Diese Mikrosprengkapsel enthält weniger als ein Gramm von kristallisiertem Kapatron. Aktiviert durch eine mikronukleare Ladung, die die Mutation auslösen wird. Und wir werden das Resultat sehr weit abschätzen können. Unmittelbar nach der Explosion. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Es geht um mehr als wissenschaftliche Spielereien. Wenn Sie versagen sollten. Für Craspin ist der Erfolg genauso wichtig wie für uns, mein Lord. Hat dich ganz schön durchgerüttelt, hm? Na, könnte schlimmer sein. Ein kleines Silikonsedativum wird dich beruhigen. Aber ich glaube, ich muss noch mal zurück und eins von den Xenophonen bergen, damit wir Notsignale senden können. Weißt du was, Skip? Ihr Robohunde habt uns Menschen gegenüber einen verdammten Vorteil. Ihr braucht keine Berichte zu schreiben. Wir bitten gleich administrazаний, was sie wollen. Ich denke, schade mich, schade mich, schade mich. Ich denke, schade mich. arium auch beleuchte hilflation. Nein, wir sehen uns nur jetzt. SchlNY zusammen ist das Beste. Hier gibt es wichtig. Schön, springen einem mindig,ılhmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommandant, wir treten in wenigen Momenten in Ihren Sicherheitssektor ein. Und weiter? Der große Bruder hat vollen Alarmzustand befohlen. Wir könnten in Schwierigkeiten geraten. Ich würde es zu gern mit eigenen Augen sehen, aber es ist das Risiko nicht wert. Befehlen Sie dem Nurekommando auf Metropolis, den Humanoiden nicht aus den Augen zu lassen. Wir starten noch ein Aufklärungsschiff zur Verstärkung. Wir werden außerhalb Ihres Sicherheitssektors bleiben. Ja, Lord Kral. Was ist los, Barbara? Unser Leben ist in Gefahr. Und ich kann den Humanoid-Abwehr-Code, den wir erarbeitet haben, nicht finden. Er ist unsere letzte Hoffnung. Who's bad? Who's bad? Come on, baby! Um Wagnishurimun zurück, liebe Zuschauer. Möge die Sehkraft noch unbeschränkt bei euch sein. Was für eine rasant raffinierte Raumreise wir da als Zaungäste begleiten dürfen. Die Handlungsstränge verdichten sich und... Ich verdichte dir gleich auch was. Im Schritt. Ja, nur weil du mir erlaubt hast, mit dem Hund zu spielen, werde ich dir trotzdem gleich voll in die Klöten treten. Was fällt dir eigentlich ein, hier als transzendentale Trantüte TomTom zu erscheinen, der im gesamten letzten Teil Gottloh nur einmal kurz zu sehen war. Anstatt das schöne Kostüm anzuziehen, das ich dir empfohlen habe. Na ja, das Roboter-Hund-Konstrukt gibt es so nicht mehr. Warum? Da es viel zu eng gebaut war, Peter. Ich habe also nur gegen die Schläfer-Zwangs-Outfit-Order verstoßen, weil das Kipp-Kostüm nach Anprobe komplett im Arsch ist. Kapiert? Deshalb habe ich geistesgegenwärtig auf meine Lieblingsfigur gewechselt. Aha, aha. Egal, darüber wird noch zu reden sein, mein Freund. Ja, wo kommen wir denn da hin? Wenn wir hier anziehen, was uns am besten in den Kram passt. Persönliche Klugscheißer-Lieblingsfigur, my ass. Ich hatte diese unausstehlich nassforsche Navi-Nulpe schon fast erfolgreich vergessen. Ja, von wegen, du Perücken-Despot. Ach, du Textil-Tyrant. Oh, Tomtom wird den Bösen noch tüchtig einheizen. Weiser und warmherziger denn je. Und wir werden jubilieren und ihn gebührend anfeuern, liebe Zuschauer. Denn es sieht wahrlich nicht gut aus für die armen Menschen auf Metropolis. Und in Metropolis auch nicht. Und über, unter, neben und zwischen Metropolis auch nicht. Und die armen Menschen erst, die das Multimetropolis aus der Ferne betrachten müssen, die leiden eindeutig am allermeisten. Seit der wahnsinnige Dr. Crespin den gutmütigen Golub mittels Kristallinkappertron-haltiger Mikronuklear-Ladung in einen rasenden Humanoiden verwandelte, kennt die Sorge um unsere Freunde keine Grenzen mehr. Es funktioniert. Es funktioniert. Er ist transmutiert. Von Menschen in einen Humanoiden. Und die Sorge um den Geisteszustand von Regisseur und Drehbuchschreiber Aldo Lado kennt auch keine Grenzen mehr. Da stürzt Golub mit seiner Mühle erst in ein seltenes Wüstenbinnenmeer, kriegt dann eine Pocket-Atom-Rakete aufs Dach, hüpft im Wasser rum, ruft Aua. Und Dr. Kinski freut sich scheckig, weil Golub frisch rasiert und transmutiert ist. Die sind doch alle irre. Und warum bitte? Denkst du etwa, nach einem Kristallinkappertron-Nukleartreffer würde der Bart stehenbleiben, du Fantast? Du solltest sie lieber was schämen, die tolle Transmutation-Szene anzuzweifeln, anstatt Richard Keels gänsehauterregende Schauspielleistung nach der Verwandlung zu loben. Oh Mann! Dagegen war ja selbst Bela Lugosi ein brillanter Method-Actor. Keels erste Kampfszene am Sun-Scooter brachte mich auch nicht zwingend zum Schwärmen, Olli. Ob die Gegner wegschmeiß-Simulationen mittels Trampolin oder die saudämliche Puppenwindmühle, das war doch alles unterirdisch. Tja, kurioserweise wurden unter anderem auch die kampfchoreografischen Finessen in Lummernolde von vielen begeisterten Experten gewürdigt und speziell Richard Keels explosiver Stil. Oh, jetzt fängt diese kindische Gewehrsleute-Lügerei wieder an. Namen, ich will die Namen der sachkundigen Finessen würdiger. Los, spuck sie aus. Los, Olli. Nein, Namen. Ich denke gar nicht daran, die Namen zu nennen, Peter. Hättest du dich mit deinem Film etwas intensiver beschäftigt, wüsstest du genau, von wem ich spreche. Sei es, wie es sei, liebe Zuschauer. Als Lord Graal dem narkotisierten Mutanten kurz darauf seinen ersten Auftrag gab und der Dr. Crispin nach dem genauen Fertigstellungstermin der Mehrfachkapatonensprengkapsel fragte, schien der Untergang von Metropolis quasi besiegelt zu sein. Seine erste Aufgabe soll sein, den großen Bruder zu töten. Ja, wenn der Herrscher von Metropolis tot ist, werden sie nicht mehr die Kraft aufbringen, uns zu widerstehen. Wann wird die Mehrfachkapatronsprengkapsel fertig sein? In genau einer Woche. In sieben Tagen wird Metropolis von einer riesigen Armee von Humanoiden bevölkert sein. Unter ihrem Kommando. Stellen Sie sich das mal vor. Keine lose Gruppe, sondern eine gut organisierte Armee dieser Monster unter dem Kommando von Lord Graal. Puh, puh, puh. Jetzt hör bloß auf mit dem gestellten Rumgepupur. Olli, da stehen drei Figuren, die aussehen wie enttäuschte Gäste einer kurzfristig abgesagten BDSM-Fetischparty um einen schlafenden Arthritis-Zombie rum. Labern zigfach gequirlte Scheiße. Und du meinst, die Vorstellung einer Legion dieser geriatrischen Wackelschleicher würde die Zuschauer tief beunruhigen? Ich sag dir was! Die Zuschauer sind darüber in etwa so aufgebracht, wie dieser famos frisierte Model-Soldat Nick beim Ausrufen der höchsten Alarmstufe. Wir haben höchste Alarmstufe, jeder Mann auf seiner Position. Schon mal was von deeskalierender Kommunikation gehört? Ah ja. Deiner Meinung nach hätte Nick da wohl hysterisch rumkreischen sollen, hä? Überhaupt, was weißt du denn schon über die Wirkung, die so eine Mega-Mutanten-Bedrohung bei den Metropopulisten lesen, wie auch bei unseren Zuschauern auslöst, hä? Du verweichlichte Star-Wars-Schranze! Ich habe jedenfalls den allergrößten Respekt vor den tapferen Männern am Tor 16! Niemand darf ohne Passierschein die Stadt betreten. Dürfte ich Ihren Passierschein sehen? Alarmstur 16! Ja, Alarmstur 16 wäre zumindest ein besserer Filmtitel gewesen. Mensch, du so ein Pech aber auch, dass Barbara Gibson den Humanoid Abwehrcode nicht mehr finden kann. Unser Leben ist in Gefahr. Und ich kann den Humanoid-Abwehrkot, den wir erarbeitet haben, nicht finden. Apropos geisteskrank. Der ältere Typ mit den Silberkoteletten in der kuscheligen Wellnesskutte, der immer so wirkt, als hätte er gerade mal wieder den Aufguss in der Bio-Sauna verpasst. Was hat der eigentlich im Einzelnen für eine Funktion, Olli? Ach, Peter, du weißt sehr gut, dass das der große Bruder, der Herrscher der Galaxis ist, den Lord Graal stürzen will, um das friedliche Metropolis brutal zu unterwerfen. Naja, richtig, der Ältere, der Graal Brothers, der Monarch von Metropolis, dem man keinen eigenen Namen spendiert hat. Nee, du, ich frag nur, weil ich schwer den Einbruch habe, dass der den ganzen kruden Dramaturgie-Kappes, den Aldo Lado hier auftischt, ungefähr genauso glaubwürdig findet wie ich. Was ist passiert, Nick? Sie müssen den Palast auf dem schnellsten Weg verlassen. In der Stadt ist ein Mutant oder etwas Ähnliches und der kommt hierher. Bisher konnten wir ihn nicht aufhalten. Keine unserer Waffen hat irgendeine Wirkung gezeigt. Sie haben mir eine äußerst schwierige Aufgabe übertragen und ich versuche, sie auszuführen. Wir haben Groven verstärkt und Sie können von dort aus die Kontrolle übernehmen. Es ist der einzige Platz, an dem ich Ihre Sicherheit und die der fünf Ältesten garantieren kann. Ne? Man spürt deutlich, der glaubt diesem Nick kein Wort und will einfach nur noch raus aus dem Bademantel, raus aus der Rolle, raus aus dem Film, oder? Egal. Let's agree to disagree. Bei einer Sache brauche ich aber noch ganz unbedingt deine Einschätzung, Olli. Die Dame Agathe und der Herr Gral, die sind ja süße Lovebirds. Jedenfalls wurde uns das in dieser Szene von Frau Bach mit verbalem Wupp dich nahegelegt. Mein Herz ist beglückt zu erfahren, dass ich die ganze Zeit in deinen Gedanken gewesen bin. Wie leer ist mein Leben ohne dich gewesen? Jetzt können wir gemeinsam die Macht zurückerobern, die man dir gestohlen hat. Was für eine Ehre ist es für mich, von dem Mann geliebt zu werden, der der Herrscher von Metropolis und der ganzen Galaxis sein wird. Bingo, und da wollte ich dich fragen, glaubst du, der Gral zeigt der Lady noch seinen Aal? Meinst du, der lässt seinen Sternkreuzer noch in ihren Raumhafen gleiten? Galaktischer GV zwischen H-Queen und Helm-King zu kommen? Nun, bizarre Funksignale aus einem mentalen Paralleluniversum, liebe Zuschauer. Schließen wir nun schnell dieses Portal zum Wahnsinn und öffnen wir lieber wieder das prächtige Tor zu unserer spannenden Sternen-Novelle. Der Horror-Humanoid ist entfesselt und hätte um ein Haar schon den großen Bruder zermalmt. Doch der letzte Befehl, den wir hören konnten, lautete, tötet zuerst Barbara Gibson. Bleibt zu hoffen, dass die Allianz der Guten diesen höllischen Plan noch zu vereiteln weiß. Zeig's Ihnen, TomTom! De Woche schiessen Sie! Alter, das ist die Business zuсы. Kog现在 doch los! TomTom, lauf weg, schnell! ...deine Seele greifen. Om Mani Padmuhu, Kandera Kashabda, Kandera Kashabda, Kandera Kashabda, Kandera Kashabda, Kandera Kashabda, TomTom! Er wird den Jungen umbringen. Er wird es tun. TomTom! Er hat diese Richtung eingeschlagen, bevor wir sein Signal verloren haben. Ich gehe nach rechts. Hier, hier! Ich habe das Mädchen gefunden! Hier! Hier! Hier, hier, hier! Hier, hier! Ich habe gefühlt, dass du in Gefahr bist. Komm, Barbara. Wie kommt es, dass du immer im richtigen Moment bei mir bist? Ich bin ein bester Schüler. Wer waren diese beiden Fremden, die mir das Leben gerettet haben? Sie sind die Bewahrer jahrtausende alter Mysterien. Ja, aber wie hörst du? Oh, ich meine der Humanoid. Du hast von ihm nichts mehr zu befürchten, Barbara. Wenn er dies hier nicht trägt, kann er niemanden mehr gefährlich werden. Tomtom, wer bist du? Lokan Nihuahua Dharma. Hört Vertrauen zu mir. Ich bin hier, um euch zu helfen. Komme hier, Gulob. Ich bin dein Freund. Mein Name ist Barbara. Barbara. Sag es. Barbara. Du lernst aber schnell. Wenn er uns doch nur verstehen und antworten könnte. Vielleicht könnte er uns helfen und uns sagen, wo Dr. Crespin und Graal sind. Wir könnten etwas versuchen. Wenn unser Freund uns dabei helfen will. Konzentriere dich so stark, du kannst, auf Graal und Dr. Crespin. Magna, Jabdi, Ananda. Magna, Jabdi, Ananda. Sieh, Gulob. Sieh und versuche dich zu erinnern. Bitte versuch zu sprechen. Du musst uns sagen, wo sie sind. Wo sind Dr. Crespin und Graal? No. 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 Noxon. Oh, Gulob, du hast es geschafft. Komm, versuch es nochmal. Noch einmal. Noxon. Noxon ist ein Mond im Klo, ist es Team. Ja. Nick und der große Bruder müssen das sofort erfahren. Oh, danke, Gulob. Pass gut aufeinander auf. Komm. Jetzt wirst du schlafen. Und während du schläfst, wird immer mehr von dem zurückkehren, was du warst. Du wirst wieder zu einem Menschen werden. Und ich will dir dabei helfen, Gulob. Vertraue mir, mein Freund. Und vertraue deiner menschlichen Kraft. Das sind sie. Sie haben sie entführt. Wenn Dr. Crespin sie erst in seiner Gewalt hat, dann kann auch ich nicht mehr helfen. Du weinst ja. Das ist das Wichtigste von allen Zeichen. Deine Menschlichkeit kehrt zurück. Und es ist das Wichtigste, und es ist das Wichtigste, und es ist das Wichtigste. Dr. Crespins ehemalige Assistentin, mein Lord. Was ist mit dem Humanoiden? Hat er den großen Bruder getötet? Nein, der große Bruder ist noch am Leben. Er wird dich wie einen Wurm zertreten. Bringt sie hinaus. Craven, was ist passiert? Der Humanoid hat ihre Befehle nicht befolgt. Wir haben den Kontakt verloren. Zurück nach Noxon. Ich bin gespannt, was Crespin dazu zu sagen hat. Noxon frontal anzugreifen bedeutet ein zu großes Risiko für seine Bevölkerung. Ja, das ist mir klar. Aber Barbara Gibsons Leben ist in Gefahr. Dasselbe gilt für uns alle, Nick. Gut, dann lassen Sie mich gehen. Der überraschende Angriff eines Einzelnen ist unsere einzige Chance, Barbara zu retten. Und das Capatron zurückzugewinnen. Wenn Sie meinen, dass Sie den Hauch einer Chance haben, dann gehen Sie. Aber nicht allein. Hey! Nein, nein, lassen Sie ihn. Golob geht. Barbara. Meine Freundin. Jetzt weiß ich, dass wir hoffen dürfen. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Was soll denn das nun wieder? Was willst du hier? Es ist genau meine Richtung. Und dann dachte ich mir, ich fliege mit euch. Ich hatte vorher aus deiner Schwerkraftzone geworfen. Hast du noch ein paar Überraschungen auf Lager? Vielleicht kannst du sogar unser Schiff fliegen oder was? Selbstverständlich. Das ist viel leichter als frei zu schweben. Ich kann nur eins sagen. Du bist der komischste Junge, den ich je getroffen habe. Verrätst du mir jetzt noch, wie du es geschafft hast, dich in unseren Raumbahnhof einzuschmucken? Ach, ich hatte nur ein kleines Gespräch mit den Wachen. Auge in Auge. Es gibt Dinge zwischen dem Planeten. Kleiner, eines Tages musst du mir ein paar von deinen Tricks beibringen. Wir werden Hilfe in der Art nötig haben. Das wird eine harte Sache. Das wird eine harte Sache. Willkommen in Noxon, mein Lob. Ah, Miss Gibson. Ich hoffe, Sie sind bereit für das zu zahlen, was Sie an mir verbrochen haben. Auch Sie haben für etwas zu zahlen, Dr. Crespin. Für Ihre unmenschlichen und wahnsinnigen Taten. Ich bin sicher, dass nichts, nicht einmal mein Tod, Sie vor der Strafe bewahren kann. Das ist genug, Crespin. Diese Beute gehört uns ebenso wie Ihnen. Und wir brauchen Sie noch etwas, nicht wahr? Schafft Sie hinaus. Das wesentlichste Problem, Crespin, ist nicht das Mädchen. Sie mit ihrer unbezähmbaren Rachsucht haben das Leben von zehn meiner besten Männer auf dem Gewissen. Ich will jetzt eins von Ihnen wissen. Warum ist der Humanoid nicht mehr unter Ihrer Kontrolle, Crespin? Nun, der, der Sensor muss während des Kampfes beschädigt worden sein. Ich kann es mir nur so erklären. Aber es ist ja nun wirklich nicht wahrscheinlich, dass dies bei einer Armee von Humanoiden geschieht. Ich hoffe es. Ich hoffe es für Sie, Crespin. Wir treten in Noxons Magnetfeld ein. Ich werde jetzt die Retro-Raketen einschalten. Da sind sie schon. Sie setzen sich hinter uns. Haltet euch fest. Tja, irgendwie müssen wir darauf beantworten, was? Tom, Tom, du hast gesagt, du kannst die Kiste fliegen. Dann zeig es uns mal. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, an die müssen wir mit etwas härterem Stoff rangehen. Diese Idioten können nicht mal eine alte Mülltonne sprengen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Urlaub hat uns das Leben gerettet. Irgendwie hat er es geschafft, das Schiff zu landen. Was für ein Glück, dass du mitgekommen bist. Wo sind wir überhaupt? Das ist Noxon, würde ich sagen. Aber um es genau zu wissen, müssen wir die Koordinaten bestimmen. Das ist ein Robohund, ein Cannabis-3 auf Metropolis gebaut. Sehr gutes Exemplar. Ich frage mich, was der hier macht. Er möchte, dass der Haar ihm folgt. So viel verstehe ich. Ist nur die Frage, wo sein Herr ist. Da steht er. Versuche dich zu erinnern, Rudolf. Kipp! Kipp! Ich glaube, er möchte uns etwas zeigen. Wir müssen ihm einfach nur folgen. Kommen Sie. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ich weiß ja nicht, wie Sie das empfinden. Aber ich fühle mich hier mehr und mehr objektifiziert und ausgebeutet. Das ist jetzt nämlich schon die zweite Frauenrolle, die du mir heute aufdrückst, Peter. Ja, ich weiß, Olli, aber ich versichere dir, die Zuschauer genießen dich einfach als Barbara Gibson. Und sie nehmen dich als Frau in deiner Ganzheitlichkeit wahr. Anbietung ist keine Ausbeutung. Und ja, man kann nicht immer Tom-Tom sein. Oh, hör mir bloß auf mit dem kleinen erleuchteten Arschglock. Der hat einen relativ gefährlichen Humanoiden in einen netten Schwachsinnigen verwandelt. Und die Szene mit der Hokuspokus-Gutmensch-Hypnose war das zuckerklebrig-kitschigste und vollfettschmierig-rührseligste, was wir hier jemals bei Schlefatz gesehen haben. So unerträglich wie ein dreitägiges Amigos-Konzert. Ja, wenn Gulob ihn mit diesem Lächeln auf dem Gesicht noch urplötzlich gewirkt, dann könnte man wenigstens von einem perfide aufgebauten Schockmoment schwärmen. Aber so ersaufen wir reglos in alles betäubender Gefühlsglucose. Und die wird dann auch mit Bedacht beständig nachgekippt. Komme her, Gulob. Ich bin dein Freund. Mein Name ist Barbara. Barbara. Sag es. Danach hatte ich kurz Sorge, dass sie Gulob zur Belohnung eine Dose von seinem Lieblingshundefutter aufmachen und dann mit ihm im Park apportieren üben. Nee, nee, wirklich, bei aller Liebe. Ich habe dieses halluzinogene Wurstbrät, das Aldo Lado da 1979 aus dem Wolf gezogen hat, bis tief in die 50. Minute gegen alle mehr als berechtigten Anwürfe verteidigt wie ein tollwütiger Cerberus. Das weißt du besser als jeder andere, Peter, oder? Oh ja, oh ja, oh ja. Nichts, nichts hast du auf diesen extrabreiten Bremsstreifen in der E schon reichlich vollgeschissenen Star-Wars-Plum-Plagiat-Unterhose kommen lassen, Olli. Nicht die allerkleinste Beschmutzung. Richtig, richtig. Aber spätestens nach dieser Tom-Tom-ADAS-Quaselei fürs Herz habe ich vollumfänglich kapituliert. Das sind sie, sie haben sie entführt. Wenn Dr. Crospin sie erst in seiner Gewalt hat, dann kann auch ich nicht mehr helfen. Du weinst ja. Das ist das Wichtigste von allen Zeichen. Deine Menschlichkeit kehrt zurück. Verständlich. Woran sollte man bitte in der humanoiden Visage erkennen, ob er da gerade weint, lacht oder wütend ist? Richard Kiel war ein grandioser Bondbeißer. Ein Charakterdarsteller war er nicht. Ironischerweise kehrte aber nach dieser Szene auch deine Menschlichkeit zurück, Olli. Und das ist ein schöner Trost. Ja, das geht so, Peter. Geht so. Die immer gleichen Einstellungen der immer gleichen Star-Wars-Wannabe-Raumschiff-Bastelsätze. Die Kreischen und Röhren von Wolken-Kuckucksheim nach Hirngespinsthausen fliegen. Und die immer gleichen Mehrfach-Kappertronen-Sprengkapsel-Humanoiden her. Barbara Gibson muss sterben. Dialoge der Bumsblöden-Bösen-Behaupter. Die haben mich ebenso müde gemacht wie den großen Bruder Höchstselbstjahr. Und bedenke, der kaputte Dreckstreifen ist doch nicht zu Ende. Und da wir nur rätseln können, was für psychoaktive Pilze dieser Aldo Lado damals kiloweise gefressen hat, als er im Rausch das Skript erstellte, rechne ich noch mit dem Schlimmsten. Na, 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 also dein Defizismus im Ehren. Aber wie soll das denn bitte gehen, Olli? Sieh mal, wir haben schließlich schon erlebt, dass TomTom bei Bedarf zwei nützliche Mönchs-Mumienengel mit Laserpfeil und Kristallbogen herbeizitieren kann. Und nebenbei erfahren, dass Noxon ein Mond im Chloé-System ist. Quasi direkt neben dem Dior-Nebel und dem Chanel-Superhaufen. Oder? Ja, sicher, sicher. Das war schon eine imposante Gewichtsklasse des Ehrensins. Eben, eben, eben. Und wir haben rekordhässliche Aufnahmen des definitiv hässlichsten Raumschiffes der Filmgeschichte ertragen. Wir haben sterbenslangweilige Aufnahmen mit todlangweiligen Darstellern aus dem stinklangweiligen Inneren des enorm hässlichen Raumschiffes ertragen. Und wir mussten erst mit ansehen, wie Golob sich mit TomTom ganz doll über die gelungene Notlandung freut. Und dann sogar noch, wie Golob sich alleine ganz doll freut, als er seinen Kastenkläffer wiedererkennt. Du meinst, schlimmer kann es unmöglich werden? Verstehe, verstehe. Ach gut, Peter, ich weiß zwar nicht, ob Optimismus dafür der richtige Begriff ist, aber was soll's. Hauptsache, es sind keine Schwachsinssteigerungen zu befürchten. Denn wie bemerkte Meister Yoda einst so treffend, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Also, auf, auf, ins fatale Finale. Wozu steht diese neue Rakete im Wasser? Da läuft für uns was Großes. Und gerade genauso verrückt wie der Lippen Schaffler. Es wird eines Tages noch ein schlimmes Ende nehmen. Na, wenn ich da was zu sagen hätte, dann... Ja, aber... Hey, was ist das? Ach, unsere Neid, das ist ein Roboter. Vielleicht gehört ja Spaß. Tipp mir rein. Hey, was soll das? Wenn diese Rakete auf Metropolis aufschlägt, werden die Springköpfe explodieren. Und über die gesamte, die gesamte planetarische Atmosphäre Kapatron ausstrahlen. Und dann, dann, mein Lord, werden sie eine Armee von Humanoiden haben. Wenn Metropolis erst zurückgewonnen ist, kämpfen wir weiter und erobern den Rest der Galaxis. Ha, 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 ha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie bereiten den Abschuss vor Ich wette zwei Stück Viridium, dass sie innerhalb der nächsten Stunde abheben wird Wir müssen unbedingt vorher Barbara finden Barbara Wie Sie sehen können, haben Crespin und ich unsere Versprechen gehalten Und ich werde meins halten, Agatha Hilf mir, meine Pläne zu verwirklichen und du sollst die Königin der Galaxis sein, wie ich es gesagt habe Da sind noch diverse Details, die zu klären wären, mein Lord Bitte kommen Sie in einer Stunde in mein Laborator Hey, wo kommst du denn her? Ja ca BratRa Tschangrazi Und dann lasse ich. Ah! Halt! Versuch es nicht noch mal. Nomkral wird sich freuen, dich zu sehen. Los geht's! Los geht's! Ein ideales Exemplar, würden Sie das nicht auch sagen? Ich weiß, dass Sie jetzt zusehen, meine Verehrte. Ich sage Ihnen, dieses Mädchen wird die potenteste Dosis Serum sein, die ich Ihnen je geben konnte. Halt, bleib. Halt, bleib. Barbara! Es kann nichts mehr passieren, Barbara. Keine Angst, wir holen Sie hier raus. Der Humanoid kämpft für Sie. Das ist unmöglich. Tötet ihn! Sei vorsichtig! Gib uns Deckung! Dafür wirst du bezahlen. Crespin, du bist ein Nachwartensee. Ich kann ihn immer noch neutralisieren. Narkose-Gas! Jetzt raus hier! Der ganze Raum wird gleich mit Gas gefüllt sein. Oh, diese Schmerzen! Crespin, ich brauche das Serum! Halten Sie noch wenige Minuten durch. Wir sind gleich auf Garls Schiff. Zubstschiff. Ich mach dich, Barbara. Ich geh mal auf dich, Barbara. Jetzt sind wir abgesichert. Es kann niemand hineinkommen und niemand hinaus. Ist die Rakete bereit? Ja. Kann mir jetzt an Bord des Schiffes gehen, Heimler? Die Vorbereitung zum Countdown. Oh, oh, oh! Crespen, Crespen, meine Muskeln sind steif und mir ist kalt. Brenn Sie, ich muss es jetzt haben. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, das ist an Bord des Schiffes. Sie ist blockiert. Sie können nicht weiter. Schreit Ihnen den Weg ab. Hier, da hat er. Schreit Ihnen den Weg ab. Schreit Ihnen den Weg ab. Schreit Ihnen den Weg ab. Schreit Sie von der Arkeete. Schreit Ihnen das? Schreit Ihnen den Weg ab. Schreit Sie das? Schreit Sie mit dem Efra. Das war's für heute. 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 Ich kann nicht länger mit dir herumspielen. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020